Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach der Begegnung FC Ingolstadt gegen den MSV Duisburg. Endergebnis wie gesehen. 1 zu 1 unentschieden. Eine durchaus dramatische Partie im Verlauf. Beide Teams mit Punktgewinn. Herr Lieberknecht, zunächst bitte ich Sie um Ihr Fazit zur Begegnung. Bitteschön. Ja, ich denke, ich fange direkt mit dem 1-0 an, was wir schießen und dann die Phasen danach. Zwei Dinge, die uns natürlich beschäftigen. Das eine ist, wie schaffen wir es mit mehr Ruhe, dieses Spiel über die Runden zu bringen. Da treffen wir Entscheidungen bei Einwürfen im letzten Drittel beim Angriff, wo wir dann nicht in der Lage waren, den Ball zu halten und das Spiel dann so normal über die Runde zu bringen. Und dann die Entscheidung, die gegen uns gefallen ist, ein Zweikampf im freien Feld. Ich denke, für jeden sichtbar. Wie viele Zuschauer waren hier? 6500 ungefähr. Wirklich? So viel? Ich denke, das hat jeder gesehen. Und jeder hat auf diesen Pfiff gewartet. Wir auch. Für der Offizielle neben mir keine Reaktion gezeigt. Linienrichter auch nicht. Und daraus resultiert natürlich dann das 1-1. Also zwei Sachen. Das eine ist eben, dass wir es besser runterbringen müssen. Und das Zweite ist, mit so einer Entscheidung leben zu müssen. Tut weh, aber schmerzt extrem, um da die richtigen Worte zu finden. Weil ich verfolge den MSV Duisburg und die Zweite Liga natürlich ab dem ersten Spieltag. Und was dieser Verein hier schon einstecken musste, wie viele Punkte dadurch schon auch geklaut worden sind. Und übrigens auch ein Trainer den Job gekostet hat. Auch wenn das natürlich nicht bewusst ist, wenn ein Schiedsrichter die eine oder andere Entscheidung nicht sieht. Da wünscht man sich dann bei uns schon auch mal der Situation im Videobeweis. Aber das ist eigentlich nicht tragbar. Da erwarte ich eigentlich, so wie wir es auch machen, wenn wir uns aufregen und dann sehen, dass man vielleicht eine falsche Beurteilung hat, erwarte ich einfach auch eine Entschuldigung vom Schiedsrichter in dieser Situation. Dass man das anerkennt als Foulspiel, dann ist es auch okay. Ich sehe bei meiner Mannschaft, dass sie, denke ich, heute auch wieder gezeigt hat, sie zeigt sich defensiv sehr, sehr stabil. Es gab bei den lang geschlagenen Bällen immer die eine oder andere Situation, die wir verteidigen mussten, wo es ein bisschen gefährlich wurde. Aus dem Spiel heraus hatten wir uns schon gehofft, auch je länger das Spiel dauert, dass dann die Räume da waren. Dann kam dieser Moment mit der Einwechslung Ahmet Engin, die Flanke und dann das Eigentor. Trotzdem war es mir wichtig, über diese Zeit dann auch mit den frischen Spielern nachlegen zu können. Mit dem Rutsch Doppelkamp, den wir heute von Anfang an gebracht haben, war es mir auch wichtig, dass er relativ früh wieder in den Spielrhythmus kommt. Janni Rehgesel, der heute wie Freund nach anderthalb Jahren sein erstes Spiel wieder von Anfang an gemacht hatte, eine ordentliche Partie gezeigt hat. Das sind all diese kleinen Steps, die wir gehen und auch lang gehen werden. Heute ein Minimalziel war eben hier, nichts zu verlieren. Das ist uns gelungen. Aber wenn du so kurz vor knapp dann vom Sieg stehst, nimmst du lieber den Dreier mit. Alex, für dich alles gut, für die nächsten Spiele und für den FC Ingolstadt, danke. Dankeschön. Alex, wie hast du das Spiel gesehen, bitte? Ja, Servus erstmal und danke, Thorsten. Ich fange natürlich vor der 80. Minute an und da muss ich sagen, dass wir uns viele Torsituationen herausgearbeitet hatten. Viele Tormöglichkeiten auch, wo wir vor der 80. Minute auch schon ein Tor hätten erzielen können. Ich glaube, alleine Osave, der dreimal aufs Tor geschossen hat, wo der Torhüter einmal überragend hält, der Ball, der noch leicht abgefälscht war. Phil, erste Halbzeit, Kopfball aus dem Eckball heraus. Wir sind in den Rücken der Abwehr gekommen. Ich fand, dass Ananu rechts über die Seite dann auch zwei, dreimal in den Rücken der Abwehr, dann der Rückpass dann nicht ideal war, aber trotzdem die Situation rausgearbeitet, wo wir klare Torchancen auch hatten. Du belohnst dich dann nicht und dann kommt das so, wenn du unten drin bist oder im Fußball generell, kriegst du ein bitteres Eigentor und dann hinten raus, muss ich sagen, ist das natürlich glücklich, aber wie wir uns dagegen gestemmt haben und wie wir das Tor dann erzwungen haben, dann freut es mich natürlich nochmal mehr, dass unser Kapitän dem so ein Eigentor, das einfach passiert im Fußball, keine Frage, aber dass er uns dann den Punkt noch rettet und die Mannschaft dann belohnt für unheimlich viel Herz und Leidenschaft. Das hat mich sehr gefreut oder uns. Ich fand, das war eine klare Botschaft von der Mannschaft, dass sie unbedingt in der Liga bleiben will und die Art und Weise stimmt uns positiv, dass wir auch die kommenden Aufgaben in der Art und Weise auch angehen wollen, um dann auch die nötigen Punkte zu sammeln, um da gemeinsam rauszukommen. Ich fand auch die Fans heute überragend, wie sie die Mannschaft auch mit unterstützt hat in den Situationen. Klar ist es auch unser, liegt auch an uns, wie wir den Funken überspringen lassen, aber wenn du dann, wie gesagt, so viel Toraktionen auch hast, dann denke ich, ist das ein gutes Zusammenspiel. Torsten, dir auch alles Gute und komm gut heim. Vielen Dank, schönen Abend noch. Gibt es denn Fragen zur Begegnung? Dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu, bitte um ein kurzes Handzeichen. Hier vorne hätten wir einmal einen Seitenwechsel, bitte. Ja, genau. Ja, Herr Lieberknecht, Lukas Fröde hat gesagt, dass man so eine Situation vielleicht auch mal versucht, in positive Energie umzuwandeln, also das, was Sie jetzt gerade erlebt haben in der Nachspielzeit. Grundsätzlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Fünfte, sechste Mal, dass man das Gefühl hat, ja, der Schiedsrichter gibt uns die entscheidende Situation nicht. Wie geht man damit um und verwandelt das in irgendwas Produktives? Erstmal, dass man bei sich bleibt und seine Situation eben halt auch sieht. Das, was ich gesagt habe, zwei Sachen. Wie kriegst du das Spiel besser über die Zeit und dann die eigenen Arzt fassen? Das ist das eine. Das zweite ist eben mit Leben. Wie sagt man so schön? Es gibt, irgendwann gleicht sich das aus, aber ich glaube, dass der MSV schon lange darauf wartet, bis sich mal was ausgleicht. Abschütteln, weitermachen, das ist ganz einfach. Also klar, da hat man jetzt immer kurz enttäuscht, aber ich glaube, dass sowas natürlich halt auch zusammenschweißt, zusammenschweißt, noch mehr zusammenschweißt, wenn du so Momente erlebst und aber was dafür tust, ein Gefühl vermittelst. Und ich habe das ja auch gemerkt, heute auch wieder, wenn du in die Kurve gehst, das Gefühl kommt zurück, dass die Leute wissen, in dem Moment, was da unten auf dem Platz passiert ist. Und das ist, das hört sich einfach an, aber es ist so, abschütteln, weitermachen, Mentalität entwickeln, die dann schon auch Kräfte entwickeln. Deswegen, das ist das Analytische, das ist das eine. Was machen wir auf dem Platz? Ich glaube, dass wir dann sehen, wir waren in der Lage, uns stabil zu zeigen. Wir haben jetzt in den letzten drei Spielen, wir haben es auch ja kurz davor, wir haben aus dem Spiel heraus, sind es nicht viele Torchancen, die gegen uns zustande kommen. Zwei Standards und jetzt heute eben so ein Tor, aber abschütteln, weitermachen, nach vorne schauen, nächstes Spiel, Bielefeld-Pokal, Paderbornshause, Mentalität zeigen, der ganze Verein zeigt Mentalität, das merkst du von Anfang an, jeder weiß, um was es geht. Und das zeigt mir, dass man wirklich mit kleinen Schritten diesen langen Weg optimistisch bestreiten kann, soll und vor allen Dingen muss. Noch eine Nachfrage, Sie haben gesagt, die Mannschaft steht defensiv stabil, nach vorne ging aber heute sehr lange sehr wenig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja gut, wir werden uns wahrscheinlich öfters darüber unterhalten. Ich glaube schon, dass wir auch wieder diese Möglichkeiten hatten, in guter Schussposition, uns besser nochmal um 16 herum mit mehr Ruhe dann zum Schuss zu kommen, beziehungsweise nochmal die Ablagen zu machen. Wir haben aber auch hier auch in diesem engen Spiel mit dieser Brisanz, dann im Laufe der Zeit, wenn man sieht, dann zum Schluss hin, dann auch diese Möglichkeiten erspielt. Wir haben auch, denke ich, den ersten Halbzeit-Torchancen gehabt. Ich glaube, dass auch nach einem Eckball, nach ein, zwei Eckbällen war es brandgefährlich, hat der Torhüter auch gut gehalten. Also es ist schon da, es ist nicht so, dass wir jetzt hier sagen, okay, wir haben nur die defensive Stabilität, die ist wichtig. Das andere wird peu a peu kommen. Deswegen ist es für mich heute, gibt es auch diese optimistischen Dinge eben, was war. Das ist ein Stoppelkampf, haben wir früh reingeschmissen. Wir wussten, okay, der hat seine Spielpraxis, Janne Rehgesel, all das, was ich sage, dem ich nachkommen möchte, eben, dass jeder gebraucht wird. Das sind all diese Dinge, wo wir sagen, okay, wir lassen uns von nichts unterbringen, werden weiterhin den Weg nach vorne suchen. Und es war ähnlich wie in Köln auch, ja, wir haben gesagt, wir bringen Ahmed Engin dann rein mit seiner Schnelligkeit. Und in Köln bringt er auch die Flanke, ja, die dann eben, wenn Ritschis zu guter Pause dort in der Situation nicht mit zum Kopfballduell geht, kann wahrscheinlich Marvin Martip den Ball kontrollierter wegköpfen. Also es sind schon ein paar Dinge vom Plan her, die aufgehen. Noch nicht alles, aber das kann ich so auch noch nicht erwarten, dass wir wirklich blühenden Fußball spielen. Was uns zur nächsten Frage führt von Gottfried Stern, hat Onokrit zumindest signalisiert. Ja, jetzt wird es kompliziert. Danke. Herr Nuri, ich hätte eine Frage zu Personalien, und zwar Sonny Kittel. Haben Sie verzichtet in der Startelf, können Sie erklären, warum? Ja, weil wir zu Kutsche einen Spieler brauchten, der auch die Räume in die Tiefe sucht und viele tiefe Laufwege hat. Und da war es im Training einfach so, dass Osave das wirklich gut gemacht hat und die Entscheidung dann für Osave war. Und Sie haben auf Lescano und Benshop im Kader verzichtet. Können Sie da noch was dazu sagen? Ja, grundsätzlich, wie gesagt, haben wir einen breiten Kader, wo sich jeder auch empfehlen kann. Und das waren jetzt die Entscheidungen für die Besetzung mit anderen Spielern. Also kein großes Drama. Also Leistungsgründe? Ja, grundsätzlich haben wir nur sportliche Gründe. Danke. Gibt es sonst auch Fragen zur heutigen Partie? Das ist nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute Heimfahrt und sehen unsere Fans nächste Woche Samstag in Kiel. Gäste empfangen dann zeitgleich den SC Paraborn. Schönen Sonntagnachmittag. Schönen Sonntagnachmittag. Schönen Sonntagnachmittag. Schönen Sonntagnachmittag.